Viele von euch reflektieren jetzt am Ende des Semesters bestimmt über die vergangenen sechs Monate und fragen sich, soll ich mein Studium überhaupt noch fortsetzen? Wenn die einen kaum das nächste Semester erwarten können, fühlt sich ein Großteil der Studierendenschaft mit einer kleinen Existenzkrise konfrontiert, denn die anfänglichen Ambitionen, immer an den Online-Vorlesungen teilzunehmen, fleißig mitzuschreiben und sich schon ab Tag 1 auf die Klausurenphase am Ende des Semesters vorzubereiten, mussten der harten Realität weichen. Dabei tauchen einige Fragen immer wieder auf. Bin ich zu dumm zum Studieren? Wie erkläre ich es meinen Eltern und meinem Umfeld und vor allem, was mache ich danach? Mal ehrlich, wem kann man diese Fragen in der aktuellen Situation und auch sonst verübeln? Immerhin befinden wir uns Anfang 2021 schon im zweiten Corona-Semester und das nächste steht bereits vor der Türe. Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, dann würde ich es trotz meiner leicht autistischen Art als Luxus ansehen, jeden Tag in die Vorlesungen vor Ort gehen zu dürfen, mit den Kommilitonen die Mensa zu besuchen, einen geregelten Tagesablauf zu haben, um mal etwas anderes zu sehen als die eigenen vier Wände, in denen 24-7 Homeoffice bzw. Homeschooling angesagt ist. Ich bin mir sicher, dass es für viele von euch momentan alles andere als leicht ist. Deshalb möchte ich dir mit diesem Video ein wenig Mut machen und dir, falls du dich trotzdem dazu entscheiden solltest, dein Studium abzubrechen, Alternative für deine Zukunft aufzeigen. Also, worauf warten wir noch? Warum solltest du nicht abbrechen? Du musst wissen, dass wir uns aktuell in einer Ausnahmesituation befinden. Die Krise hat jeden von uns mehr oder weniger stark getroffen. Corona wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus, in denen viele Menschen aufeinandertreffen. So eben auch an der Uni. Studierende, die sich mit Nebenjobs im Gastro- oder Hotelgewerbe über Wasser gehalten haben, haben es momentan alles andere als leicht, da genau diese Bereiche von der Krise ganz besonders betroffen sind. Demnach ist es sinnvoll, sich, falls möglich, nach alternativen Einkommensquellen umzuschauen. Vielleicht kannst du Online-Nachhilfe geben oder als Hilfskraft im Einzelhandel arbeiten. In meinem Video zu 10 verschiedenen Arten, mit denen du während deines Studiums Geld verdienen kannst, habe ich weitere Tipps genannt, die aber nicht unbedingt alle pandemietauglich sind. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Eventuell ist es sinnvoll, zur Überbrückung einen Studienkredit aufzunehmen, um zumindest die nächsten Monate noch durchzuhalten. Vor einer Lücke im Lebenslauf solltest du allerdings keine Angst haben, da die Pandemie uns alle weltweit betrifft. Jeder Arbeitgeber wird Verständnis dafür haben, wenn sich dein Studium aufgrund von Corona verlängert. Geld spielt im Studium natürlich eine große Rolle. Nicht umsonst fallen einem bei Studierenden zuerst Begriffe wie abgeranzte Klamotten, Mini-Wohnungen und Nudeln mit Tomatensauce ein. Auch wenn Geld nicht das beste Argument für die Aufnahme eines Studiums ist, möchte ich es an dieser Stelle nutzen, um dir eine langfristige Perspektive aufzuzeigen. Fakt ist, dass Studierende nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums im Schnitt sehr viel mehr Geld als Leute mit einer Ausbildung verdienen. Die finanzielle Lücke, die sich jetzt durch Corona auftut, kann später durchaus gestopft werden. Es lohnt sich also auch von dieser Seite aus durchzuhalten. Der akademische und berufliche Karriereweg wird auch in Deutschland leider immer noch sehr stark durch die soziale Herkunft bestimmt. Es gibt aber zahlreiche Beratungsstellen, auch von Seiten der Uni aus, an die man sich wenden kann, um Unterstützung bei der Bewältigung des Studierendenlebens zu erhalten. Dies betrifft insbesondere auch die eigene psychische Gesundheit, denn es lässt sich statistisch betrachtet nicht von der Hand weisen, dass die Corona-Krise zu einem Anstieg der Volkskrankheit Depression geführt hat. All das sind Aspekte, die den eigentlichen Spaß am Fach verdrängen und für einen schwierigen Studienstart sorgen. Ich weiß natürlich, dass Online-Lernen aus der Ferne nicht für jeden etwas ist. Kein Wunder, dass an Fernuniversitäten die Abbrecherquoten oft weitaus höher als an Präsenzuniversitäten sind. Man muss ein hohes Maß an Selbstorganisation und Eigenmotivation aufbringen. Früher oder später wird einem aber die Decke auf den Kopf fallen, wenn man immer nur dieselben vier Wände sieht. Wenn du aktuell also Schwierigkeiten mit der Motivation hast, dann muss das nicht unbedingt an deinem Studienfach liegen, sondern kann einfach durch die äußeren Umstände bedingt sein. Bedenke, dass digitales Lernen am Technologiestandort Deutschland schon alleine infrastrukturell ein großes Problem ist und viele Dozenten mit den neuen Herausforderungen auch erst einmal umzugehen lernen müssen. Sie sind wahrscheinlich genauso überfordert wie du. Eine Lösung, um diesen externen Faktoren entgegenzuwirken, besteht darin, dich mit deinen Kommilitonen online auszutauschen, zum Beispiel via Teamspeak, Discord, Teams oder Zoom. Bilde Lerngruppen und hole dir von vielen Seiten aus Tipps zum Fernstudium ein, denn die aktuelle Studiensituation ist mit einem solchen Fernstudium durchaus vergleichbar. Unabhängig von Corona solltest du bedenken, dass man für manche Studiengänge einfach ein bisschen Zeit braucht, um in die Themen reinzukommen. Das ist so ähnlich wie bei manchen Serien, die anfangs auch sehr fahrt sind und sich irgendwann mit jeder Folge steigern. Ich als Informatiker kann da ein Lied von singen. Es braucht eine gewisse Zeit, um diese in Anführungsstrichen neue Denkweise aufzusaugen, denn das passiert auch bei einem Superhacker, anders als man es eventuell von außen vermuten mag, nicht schon mit der Muttermilch. Nur weil ein Semester nicht gut lief, heißt das nicht, dass das für alle anderen Semester auch der Fall sein wird. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen ein Studienabbruch die bessere Entscheidung ist. Kurz vorab, höre auf dich selbst. Die Pandemie bringt unsere besten und auch schlechtesten Seiten sowie Stärken und Schwächen zum Vorschein. Wenn du also überhaupt nicht mit deinem Studienfach warm wirst, dann kann es sein, dass es inhaltlich einfach nicht das Richtige für dich ist. Die Pandemie wäre in diesem Fall nur der Verstärker dieses ohnehin negativen Grundgefühls gegenüber dem Fach. Das ist aber absolut in Ordnung. Manchmal klappt es erst beim zweiten oder dritten Anlauf. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich weiß, das sind wieder so Allerweltsprüche, doch im Kern sind sie hier völlig angebracht. Sei ehrlich zu dir selbst. Glaubst du, dass dein Studium unter anderen Umständen besser für dich laufen würde oder merkst du, dass du keine Motivation aufbringst, um dich mit dem Thema an sich zu beschäftigen? Wenn letzteres der Fall ist, dann solltest du gegebenenfalls über einen Wechsel des Studiengangs nachdenken. Ein Studiumabbruch ist auch dann sinnvoll, wenn absehbar ist, dass du das Studium aufgrund der Vorgaben der Prüfungsordnung nicht beenden kannst. Sei es, dass dir im nächsten Semester fünf Drittversuche ins Haus stehen oder du zwölf Prüfungen in zwei Wochen schreiben musst. Das ist zwar alles machbar, doch du musst dich ehrlich fragen, ob du das wirklich packst. In solchen Fällen ist es manchmal besser, der Realität ins Auge zu blicken und seine Energie in andere Projekte zu stecken. Und leider muss auch hier wieder der Faktor Geld bzw. Finanzierung einkalkuliert werden. Wenn du finanziell keinen Ausweg aus der aktuellen Misere als Student in Corona-Zeiten siehst, dann wirst du dir früher oder später die Frage stellen müssen, ist es das alles wert? Meine Einstellung zu dieser Frage kennst du ja. Ja, ist es. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie du dich unterstützen lassen kannst. Durch Stipendien, BAföG oder Studienkredite. Sollte das aber alles für dich nicht in Frage kommen und du keine Möglichkeit hast, dein Studium zu finanzieren, dann solltest du vielleicht wirklich über einen Abbruch nachdenken. Nicht für immer, aber zumindest so lange, bis du dein Studium fortsetzen kannst. Denn unter finanziellem Druck zu studieren, ist nur für den geringsten Teil der Studierenden schafft dein Motivator. Die meisten brechen jedoch verständlicherweise unter der Last zusammen. Was kommt aber nach dem Studienabbruch? Nun, zuerst einmal der Abschluss eines Kapitels in deinem Leben, aus dem du viel mitnehmen kannst. Du hast unter schwierigen Bedingungen eine anspruchsvolle wissenschaftliche Ausbildung begonnen, etwas gewagt und viele Probleme in Eigenregie gemeistert. Das alles gehört zum Erwachsenwerden dazu und ist keineswegs verschwendete Lebenszeit, sondern Lebenserfahrung, die jeder von uns machen muss. Als nächstes kommt dann der Schritt, vor dem sich die meisten fürchten. Den Eltern und Bekannten sagen, dass man mit dem Studium aufhört. Ich kann verstehen, dass dieser Schritt für viele schambehaftet ist und ein Eingeständnis der eigenen Fehlbarkeit. Aber so ist das nun einmal. Kein Mensch ist perfekt. Jeder macht Fehler. Und ob die Aufnahme eines Studiums unter solch schwierigen Bedingungen wirklich als Fehler bezeichnet werden kann, wage ich auch stark zu bezweifeln. Gerade Kinder aus Arbeiterfamilien haben es hier wesentlich schwieriger. Ich spreche daraus Erfahrung. Niemand kann dir mit deinem Problem wirklich weiterhelfen und darum verstehen viele auch nicht, was ein Studiumabbruch eigentlich bedeutet. Ein Studium ist nun einmal keine klassische Ausbildung. Die Spielregeln sind völlig anders, ebenso wie die Ansprüche. Vor jemandem, der dieses System nicht selbst durchlaufen hat, musst du dich wirklich nicht rechtfertigen. Du solltest ehrlich zu dir selbst sein und auf dich hören. Nur der Eltern wegen zu studieren ist der völlig falsche Ansatz und führt in den meisten Fällen unabhängig von den äußeren Umständen zur Exmatrikulation, freiwillig oder von der Uni initiiert. Sei stolz auf das, was du in dieser Zeit geleistet hast und widme dich nun einem neuen Ziel. Sei dir aber auch darüber im Klaren, dass du mit dem Studienabbruch nach Ablauf des Semesters deinen Studentenstatus verlierst. Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf deine Krankenversicherung, doch das sind keine unüberwindbaren Hürden. Meistens reicht ja schon ein kurzes Telefonat und ein kleiner Antrag aus und schon hast du den verwaltungstechnischen Kram hinter dich gebracht. Klar, wenn du keine weitere Tätigkeit aufnimmst, wird sich früher oder später das Arbeitsamt bei dir melden, doch es gibt nach dem Studentenleben zahlreiche Alternativen für die Gestaltung deiner beruflichen Zukunft. Zum Beispiel ein weiteres Studium. Ja, du hast richtig gehört. Nur weil dir dein aktuelles Studium nicht getaugt hat, heißt das nicht, dass es auch auf alle anderen Studiengänge zutrifft. Vielleicht war es einfach nicht das Richtige. Gehe also in dich und überlege aufgrund deiner Erfahrung aus dem jetzigen Studium, was dir absolut keinen Spaß macht und worin du vielleicht Stärken erkannt hast, die dir vorher noch gar nicht bewusst waren. Das Wissen, was man nicht machen möchte, ist auch viel wert. Wenn du dein nächstes Studienziel festgesetzt hast, kannst du eigentlich im nächsten Semester direkt loslegen. Wenn du jetzt noch Zeit haben solltest, könntest du schon einmal eine Online-Vorlesung zu diesem Fach reinschauen und dich generell auf das Studium vorbereiten. Wenn dort Prüfungsleistungen gefordert werden, die du in deinem aktuellen Studium noch erbringen kannst, dann versuch es auf jeden Fall. Und ja, du behältst dann natürlich auch deinen Studentenstatus, wenn du weiter studierst. Du kannst auch eine Ausbildung beginnen. Wenn du beispielsweise ein Informatikstudium begonnen hast und dieses abbrechen willst, kannst du meistens nahtlos in einer Ausbildung zum Fachinformatiker wechseln. Wenn du Prüfungen absolviert hast, können sie dir gegebenenfalls als Leistungen angerechnet werden und die Ausbildungszeit verkürzt sich dann. Dein Studium ist demzufolge keine weggeworfene Zeit gewesen. Ein ehemaliger Kollege von mir hat nach seiner Exmatrikulation eine Ausbildung zum Fachinformatiker begonnen, war in zwei Jahren durch und hat als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Bei uns gab es zu meiner Zeit auch die Möglichkeit, sich ein gesondertes Zertifikat ausstellen zu lassen, wenn man bestimmte Prüfungen aus dem ersten Semester absolviert hat und sein Studium abbrechen wollte. Damit stand man dann nicht mit nichts da, sondern hatte etwas auf Papier. Du kannst ja natürlich auch ein Jahr Auszeit nehmen. Ein FSJ ist gerade jetzt eine sehr gute Chance, sich gesellschaftlich zu engagieren und sich neu zu orientieren. Sobald Corona halbwegs bezwungen ist, kann man dann auch wieder über ein Auslandsjahr nachdenken und so noch mehr Lebenserfahrung sammeln und gestärkt mit einem konkreten Ziel zurückkehren. Du siehst also, es gibt zahlreiche Perspektiven, die den Studienabbruch keineswegs zu einem Desaster machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten. Bis zum nächsten Video.